Der jugoslawische Geheimdienst hat in den 1970er Jahren bei uns in Kärnten eine größere Rolle gespielt als bisher bekannt. Vom Ortstafelsturm bis hin zu der Sprengstoffserie in Unterkärnten. Zu diesem Schluss kommt der Historikerbericht mit dem Titel Titos Langer Schatten. Das Buch ist gestern Abend im Landesarchiv in Klagenfurt offiziell vorgestellt worden. 900 Seiten stark ist das Buch Titos Langer Schatten, das an dem sonnigen Abend viele Interessierte in das Landesarchiv lockt. Auch eine Abordnung des slowenischen Parlaments. Fünf Jahre lang haben die Historiker Wilhelm Wadl und Alfred Elste recherchiert. Auch Unterlagen des damaligen jugoslawischen Geheimdienstes haben sie ausgewertet. Es ist die Zeit des Ortstafelkonfliktes in den 1970er Jahren. Denkmäler und Stromleitungen werden gesprengt. Eine Bombe zerstört das Völkermarkter Heimatmuseum. Die Autoren zeigen auf, die Anschlagsserie ist vom damaligen Jugoslawien über den Geheimdienst gesteuert worden. Mit dem Ziel, Österreich zu destabilisieren und mit Kärntner Slowenen als Helfer. Ja, es war eine Strategie der Spannung, der Konflikteskalation. Offenkundig mit einem Ziel, hier einen Konflikt so weit hoch zu kochen, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen kommt. Exekutive, Behörden und Ministerien seien von jugoslawischen Spitzeln durchsetzt gewesen. Naja, dass hier im Süden Österreichs, da man muss die Steiermark voll einbeziehen, eben die geheimdienstliche Durchdringung durch die Udba mindestens so stark war wie in Westdeutschland durch die Stasi. Die Historiker nennen in dem Bericht mutmaßliche Täter, Zeitzeugen und politische Akteure mit Namen, darunter frühere Volksgruppenvertreter. Natürlich wird man keinem nachweisen können, dass er bei den Sprengstoffanschlägen involviert war. Indizien weisen aber darauf hin, dass sie in irgendeiner Weise eine indirekte Rolle gespielt haben. Damals Gegner, heute Seite an Seite. Volksgruppenvertreter Marian Sturm und Heimatdienstobmann Josef Fellner. Sturm bekennt sich, als Student Ortstafeln beschmiert zu haben. So war das. Ich habe nichts zu beschönigen. Ich stehe dazu, das haben wir gemacht. Aber wir waren nicht involviert in Bombenattentate. Fellner bedauert seine damals radikalen Worte. Der Bericht dürfe aber nicht von dem heutigen Weg der Versöhnung abbringen. Neuerlich ein Feuer des Hasses mit neuen pauschalen Schuldzuweisungen, mit neuen Verdächtigungen und alten Aversionen zu entfachen, wäre gefährlich und in höchstem Maße verantwortungslos. Allerdings bezweifeln einige Historiker und Kärntner Slowenen den Wahrheitsgehalt der Geheimdienstquellen. Und der frühere Mitautor Hansi Filippitsch distanziert sich, weil seine Texte ohne sein Wissen verändert worden seien. Der Bericht wird nun im Landtag diskutiert. Die erste Auflage des Buches ist bereits vergriffen. Vielleicht hat sich Somanha mehr von diesem Historikerbericht erwartet. Aber es ist richtig und wichtig, dass Kärnten diesen Teil seiner Geschichte aufarbeitet. Stoff für Experten-Diskussionen bleibt, zumal den Autoren der Einblick in wichtige österreichische Akten verwehrt geblieben ist. Aber die eben zugewachsenen Gräben in der Volksgruppenpolitik will und sollte dieser Bericht nicht wieder aufreißen. Kärnten hat angesichts der Hypofolgen